Musik Herzlich Willkommen zu einer neuen Sendung Feldexkursion. In der letzten Woche habe ich an einem kräftig entwickelten Rapsbestand gestanden. Und heute sehen Sie mal einen Kontrast. Ende September und wir haben in vielen Regionen eigentlich nur noch sechs bis acht Wochen Vegetation. Denn das Vegetationsende naht und wir können uns so langsam über den Winter Gedanken machen. In einigen Regionen hat es eben nur wenig geregnet, der Boden war ausgetrocknet zur Aussaat und das Keim bzw. der Feldaufgang ging nur verzögernd und ungleichmäßig vonstatten. Aus diesem Grund können wir eben jetzt auch solche ungleichmäßigen Bestände in Deutschland finden. Im Hintergrund können Sie eine kahle Lehmkuppe erkennen. Auch im Vordergrund sind eben die Bestände erst im Vierblattstadium. Schauen wir uns doch mal eine Pflanze genauer an, die hier doch recht kräftig ist. Die hat vier Laubblätter. In diesem Stadium sollte sie noch nicht in den Winter gehen. Generell sagt man, dass ein Raps circa sechs Laubblätter haben soll, sodass er auch den Winter sicher übersteht. Wir haben ja jetzt auch erst Ende September, wir haben noch genügend Vegetationszeitraum, sodass der hier auch mindestens sechs bis acht Blätter noch entwickelt. Nichtsdestotrotz sollten Sie solche schwach entwickelten, ungleichmäßig entwickelten Bestände behutsam behandeln. Was heißt das jetzt? Also keine hohen Aufwandmengen von Wachstumsreglern einsetzen. Aber trotzdem noch den Krankheits- und Schädlingsdruck abwehren. Außerdem darf der Raps vor Winter nicht hungern und braucht je nach Standort, Vorfrucht und Strohumsetzung im Boden auch Stickstoff. Wenn der hier nur noch zwei Laubblätter macht, hat er sechs Blätter und dann hat er auch eine Stickstoffaufnahme von 40-45 Kilogramm N, die Ihr Boden dann auch bereitstellen muss. Außerdem ist es natürlich wichtig, auch die Mikronährstoffversorgung sicherzustellen. Beispielsweise Bohr. Der braucht dann mindestens 100-150 Gramm pro Hektar Bohr. Ist es bei Ihnen weiterhin noch sehr trocken im Boden und auch sehr puffig, wenn Sie rüber gehen, dann kann beispielsweise auch Mangan ein Problem werden für den Raps. Bei unterschiedlichen Grundnährstoffversorgung Ihrer Böden können auch andere Mikronährstoffe fehlen. Wenn Sie dazu Fragen haben oder eben auch andere Themen zum Raps mit uns besprechen möchten, so rufen Sie uns doch einfach an. Ansonsten sehen wir uns nächsten Mittwoch frisch und munter wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.